Ich stehe dafür, dass als erstes die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt wird und dass ganz effizient Korruption und Lobbyismus bekämpft wird. Damit haben wir ein sehr großes Problem und ich bin Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin und auch Hochschullehrerin und ich kenne mich in diesen Dingen sehr, sehr gut aus. Ich kenne das aus der Praxis und ich weiß, dass wir hier sehr viel tun müssen, damit unsere Rechtsstaatlichkeit und der gesamte Rechtsrahmen wiederhergestellt sind. Wir brauchen unabhängige Richter, wir brauchen unabhängige Staatsanwälte und natürlich brauchen wir mehr Geld für die Justiz. Es kann nicht angehen, dass unser Recht kaputtgespart wird durch eine völlig verfehlte Sparpolitik. Dann stehe ich auch noch für die Ethik im Wirtschaftsleben. Wir brauchen keinen Turbokapitalismus, sondern wir brauchen eine Politik, wo der Mensch im Mittelpunkt der Politik und des Wirtschaftslebens steht und dazu gehört auch eine entsprechende Wirtschaftsethik, eine Ethik überhaupt, die das Denken und Handeln bestimmt. Und ich werde mich mit meiner gesamten Kraft dafür einsetzen, dass diese Ziele erreicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank.